So, Wirkenrinde ein bisschen anmachen, dass man hier so ein paar Flöckchen hat, dann vom Kien sparen, so ein paar Späne abhugeln, und das Ganze braucht man nur mit dem Feuerschein, Kienstahl. Na? So wenig Kien sparen. Aber jetzt sollte es gehen. Wirkenrinde mit Kien sparen. Und jetzt mit dem Kien sparen. Wirkenrinde mit Kien sparen. Wirkenrinde mit Kien sparen.